Ich musste sagen, was? Das machen wir hier. Erstens haben wir sehr viele verschiedene Maschinen. Wir stellen Inspektionssysteme her, also nicht nur für die Pharmaindustrie, sondern auch für anderes. Was mir begeistert hat, sind die Maschinen. Wir sind bereit, Risiken einzugehen und etwas zu bauen, was noch keiner gemacht hat. Wir haben Transportsysteme, wir haben Prüfsysteme, wir haben Inspektionssysteme. Also muss man auch extrem viele Sachen, das Interesse dafür haben. Das, was wir alles leisten, ist für so eine kleine Firma sehr beachtlich. Für mich ist gerade die Abwechslung spannend. Wenn man seine Sachen hier in der Firma gut macht, dass die Firma gut läuft, kann man super Produkte auf dem Markt, wenn die auch Menschen wirklich tatsächlich helfen. Wenn uns das Ergebnis nicht stimmt, dann ist potenziell ein Mensch in Gefahr. Weil es ist definitiv nicht 0815. Definitiv nicht. Es ist schon so, es ist erstmal sehr familiär. Also wenn man sowas mag, dann ist man hier genau richtig. Und ich glaube generell, es ist ein lockerer, cooler Umgang mit meinen Teamkameraden. Wir sind voll easy going. Wir verstehen uns mega gut. Diese Menschlichkeit innerhalb des Unternehmens, das ist mir extrem positiv aufgefallen. Ich habe ein cooles Team. Und dann diese Mischung auch von verschiedenen Kulturen, die wir hier haben, macht das Umfeld sehr spannend. Mindestens für mich, das ist nie langweilig. The way the interactions between the departments are done, is quite pleasant, efficient, it's quite easy. Und ich würde es hier niemanden finden, der nicht bereit ist, für den anderen sofort etwas zu tun. Also Verantwortung bedeutet für mich, dass ich immer im Sinne von der Wilco arbeiten. Was man auch noch sagen kann, die Wilco ist natürlich auch ein super Umfeld. Wir sind sehr ergeblich zu erreichen, mit ÖV oder auch mit dem Auto. Man hat ja tolle Möglichkeiten, eine Nachmittagspause. In der Medizinindustrie gibt es immer eine stetige Steigung. Emotionen zu eliminieren, auf einem Niveau, wo man sachlich diskutiert und eine Lösung gemeinsam findet. Das ist für mich ein Wert, der hier eigentlich praktiziert wird, tagtäglich. Ich bin stolz. Wir sind ein kleines Team, aber fast growing, die jungen Menschen. Und wir suchen immer neue Talente. Wir sind Wilco. Jeder Mitarbeiter ist Wilco. Und es gibt Symbiose dazu. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020